Ja, hallo, servus und grüß Gott. Vor diesem Video gibt es eine kleine Information. Das erste Video mit dem Namen Telefonbetrug 53 wurde leider wegen einer Verleumdungsbeschwerde von YouTube gesperrt. Ich habe jetzt ein paar Passagen geändert, aber ich werde nicht aufgeben und somit gibt es das Video jetzt als Wieder-Upload. Viel Spaß für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich bin Wolfgang Henning von der Gesundheitsvorsorge. Ich bin richtig verbunden mit Heidron, bitte. So, hallo, servus und grüß Gott. Jetzt gibt es wieder eine neue Folge, ein neues Video, einen neuen Telefonanruf. Es geht einmal mehr um Gesundheitsvorsorge und einmal mehr um ein unerlaubter Anruf. Für die ganzen Kritiker, die immer wieder jammern und sagen, Warum kritisierst du die nicht mit ihrem Betrug? Wieder ein Musterbeispiel, diese Aufnahme. Ich kritisiere oder ich gehe nicht darauf ein auf den Betrug, weil ich die Unterlagen haben möchte. Und in dem Beispiel habe ich die Unterlagen einmal mehr bekommen. Und genau darum geht es mir. Ich will die Unterlagen der Firmen haben. Und dann stelle ich die Firmen hier rein. Und in dem Video werde ich die Firma nennen, die anruft. Den Versicherungsdantler, wie ich das einfach nenne, der sich hier gemeldet hat. Am Ende des Videos sage ich, wer es war und wo er herkommt. Viel Spaß beim Video. So, jetzt geht es. Wer ist dran, bitte? Wolfgang Henning von der Gesundheitsvorsorge. Aha, okay. Frau, bin ich richtig verbunden mit Heidron, bitte? Ja, genau. Genau, bin ich. Ja, super. Und zwar, es geht um meine Zusatzversicherung. Deswegen habe ich Sie angerufen, denn Sie haben ja bestimmt mitbekommen, dass die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen, die Zuschüsse in der Vorsorge jetzt drastisch gekürzt haben. Und ganz schlimm ist es geworden beim Zahnersatz. Das hat man sogar bis zu 90 Prozent gekürzt. Und da muss man schon sehr tief in die Tasche greifen, wenn man da sich nicht abgeschützt hat durch eine Zusatzversicherung. Und das wäre meine zweite Frage. Haben Sie sich da schon geschützt durch eine Zusatzversicherung oder haben Sie immer noch diese gesetzlichen Krankenkassen, wo Sie versichert sind? Eigentlich nur bei der gesetzlichen, ja. Ja, sehen Sie. Und die übernimmt ja nur einen gewissen Teil, und zwar zwischen 17 und 25 Prozent. Das kommt ganz drauf an. Und den Rest müssten Sie dann praktisch aus Ihrer eigenen Tasche bezahlen, wenn Sie sich da nicht geschützt haben. Also meine Aufgabe ist es von der Gesundheitsvorsorge, da ich ja Berater bin, Sie über aktuelle und vorteilhafte Versicherungsangebote zu informieren und bei Bedarf weiter zu vermitteln. Und das machen wir natürlich kostenfrei und unverbindlich. Und deswegen habe ich Sie kontaktiert. Wenn Sie sich da noch nicht geschützt haben, würde ich Ihnen da ganz schnell empfehlen, zu handeln. Jetzt zurzeit hat man sehr, sehr günstige Tarife in der Hinsicht, wo Sie sich knapp für 23, 24 Euro, es kommt natürlich auf den Gesundheitszustand Ihrer Zähne an zum Beispiel, das absichern können. Das dauert ein paar Minuten, dann kann ich das in mein System hineingeben, dann können wir mal ganz schnell schauen, was eventuell für Sie in Frage käme. Können wir das mal machen, ganz kurz? Möchten Sie sich da informieren? Haben Sie Zahnlücken? Ja, ja, ja. Wie viele? Jetzt habe ich es nicht verstanden gehabt. Ob ich was habe? Zeit habe, ja. Also Zeit habe. Ja, Zahnlücken. Wie viele Lücken haben Sie? Ja. Zahnlücken, was? Vier. Vier Stück? Ja. Okay. Wo keine Zähne sind, ne? Ja, genau. Alles klar. Und sind Sie zurzeit aktuell angeraten, also in Behandlung oder so? Nein, die habe ich einfach rausgerissen und da war ich dann nicht beim Zahnarzt. Haben Sie das selber gemacht? Ja, die haben gewackelt und dann habe ich es rausgezogen. Ui, okay. Dann haben wir hier Paragontose haben Sie auch keine, ne? So mit Zahnfleischproblemen oder so? Nein, eigentlich nicht. Nein, 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 nein. Okay, okay. Nur bei Rindfleisch. Haben Sie auch nicht. Aha. Herausnehmbarer Zahnersatz haben Sie auch keine. Nein. In laufender Behandlung sind Sie auch nicht. Okay. Einen kleinen Moment, dann gucke ich gerade mal. Und Ihr Geburtsdatum, könnte ich das auch mal haben, ganz kurz? Ja, natürlich. Das muss ich auch im System eingehen. Haben Sie was zum Schreiben da? Ja, ja, habe ich ja. Okay, 29.02.1978. 29.02.1978. Sie sind noch ziemlich jung, da haben Sie Glück, dass Sie wirklich dann einen sehr günstigen Tarif bekommen. Und bei welcher Krankenkasse sind Sie gesetzlich? Bei der Barmer. Barmer. Kleinen Moment. Okay. Okay. Das ist super. Jetzt gucken wir mal. Da habe ich... Sie haben vier Lücken. Da ich ja ganz neu in der Branche bin. Frau Sturm, können wir den mit vier Zahnlücken die Barmer... Ich gebe Ihnen mal die Frau Sturm, das ist unsere Abteilungsleiterin. Ich kann also Ihnen mehr... Ja, hallo Sturm, mein Name, ich grüße Sie. Und zwar, ich spreche mit Herrn Heilbieter, ne? Ja, genau. Richtig, richtig. Herr Heilbieter, und zwar, Sie haben vier Zahnlücken. Mhm. 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 So, und zwar, da wäre jetzt die Möglichkeit, weil es ein bisschen jetzt für die Versicherungen jetzt ein Risiko sind, ja? Ja, es ist so, dass Sie nicht alle annehmen wollen. Das ist schon mal defekt. Aber es gibt natürlich auch welche, die, wo Sie auch mit den Lippen auch annehmen, ja? Und das ist zum Beispiel eine, das ist die Münchner Verein, was ich nenne, Entschuldigung, die Nürnberger einmal, ja? Mhm. Und dann haben wir noch die, und zwar die Kontinentale, da hätten wir auch noch die Möglichkeit. Okay. Sie sind momentan aktuell nicht in deiner Behandlung, ne? Nein, 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 überhaupt nicht. Okay, das ist schon mal gut. So, dann werfen wir mal einen Blick, wie ich da Ihnen entgegenkommen kann, und zwar bei der UKV. Schauen wir mal. So. So, dann schauen wir mal, was ich da für Sie habe. Okay. So, dann haben Sie die Szene vor, auch im Ausland zu machen? Ganz egal wo. Ja, es ist egal wo, okay? Ja, ja. So, die vierte Lücke ist die ganz hinten, also Sie zählen Ihre Weisheitszähne, zählen Sie nicht mit, ne? Okay, ach so, okay, ja, dann habe ich nur eine, ganz vorne. Also die vier Weisheitszähne, also drei Weisheitszähne sind weg und, ja. Und ganz vorne fehlt ein Zahn. Das ist sehr gut. Okay, das ist schon mal, dann habe ich für Sie wirklich eine freuliche Nachsicht, das ist ja sehr schön mal, weil die Weisheitszähne, die gilt nämlich nicht als Lücke. Ach so, okay. Also, dann ist, das ist sogar. Wie sieht es denn mit der Zahnreinigung aus? Nehmen Sie die immer in Anspruch oder sagen Sie, ne, die brauche ich nicht? Ja, ich nehme jeden Tag meine, ich nehme ganz brav meine Zahnbürste in Anspruch, ja. Okay, also. Dann, soll ich jetzt mit der Zahnreinigung schauen oder ohne die Zahnreinigung? Na, ohne, ohne, ohne. Ich putze selber die Zähne, brauche ich keine Hilfe, na, na, na. Ja, und bei der Vorworte, da ist es so, dass sie uns war, dass das dann auch dann auch inklusiv dabei ist. Was ist denn hier los, wieso mintern wir das denn nicht an? Also, komisch. Guck mal, mein System, der hängt jetzt gerade irgendwie aus welchem Grunde, weiß ich nicht, der... Ah, weil der 29, okay, dann mache ich den 28, weil das System nimmt diese 29, den Februar nicht an. Da denke ich mir, wieso mache ich das denn ständig, das war zu viel oder was? Nee, alles okay. Okay. Dann später. Also, Sie haben die Möglichkeit, sich entweder für 80 oder für 90 und für 100% abzusichern, ja. Aha. Und da Sie noch sehr jung sind, würde ich bei Zahnersatz wie Kronenbrücken-Inleis-Implantaten, würde ich Ihnen empfehlen, auf jeden Fall 100% sich zu abzuschließen, ja. Der wäre der monatliche Beitrag und zwar für Sie nur 33,70 Euro. Das ist für 100%. Aha. Absicherung bei Zahnersatz wie Kronenbrücken-Inleis-Implantaten. Ist das tragbar, die 33,70 Euro für 100%? Ja, durchaus, ja, 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 ja. Ja, ne? Ist das tragbar. Okay. Super. Also, Sie können so fortfahren, Herr Halbiter, und zwar, ich kann für Sie gerne den Antrag stellen bei der Barmenia, weil ich ja keine Verkäuferin bin, ja. Ja, kann ich stellen und die Barmenia, die schaut dann und dann, wenn die Barmenia Sie annimmt, dann bekommen Sie die Polizei nach Hause und erst dann haben Sie immer noch Zeit, ob Sie sich dafür oder dagegen entscheiden, die gesetzlichen Rechte von 14 Tagen. Das wissen Sie ja. Mhm, 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 ja, ja. Genau. Kann ich dann mal einmal bitte Ihre E-Mail-Adresse haben? Mhm. Jetzt, Moment. Das ist Hydron mit zwei N. Sekund jetzt. Ich, ich buchstabier und Hydron, ach ja, genau, Hydron, so wie der Name, so kennt man. Mit zwei N, ja, mit zwei N. Genau, hab ich. Punkt, Halbbiter, also Halb und Bitter. Und dann Halb, äh, aber mit einem B, ne? Nein, mit zwei B. Zwei N und zwei B. Mit zwei B? Okay, weil Sie, Halbbiter, okay, hab ich. Okay, dann hab ich das jetzt. Hydron mit zwei N und dann kommt ein Punkt und dann ein Halb und dann ein Bitter, ne? Ja, genau, genau. Okay, okay, dann haben wir das auch. So, äh, wie heißen Sie mit dem Vornamen? Hydron. Hydron, okay, dann hab ich das auch. Okay, dann stimmt das auch. So, äh, wenn Sie sich denn für die Versicherung entscheiden sollten, wann sollte die Versicherung in Kraft treten? Möchten Sie die zum April haben oder zum Mai oder zum ersten oder zum fünften? Machen wir zum April. Also soll ich den ersten April eintragen? Ja, genau, genau, genau. Okay, dann machen wir es gleich nach Ostern können Sie gleich, wenn Sie sich dann dafür entscheiden, gleich bedienen lassen. So, Zahlungsweise ist okay. Okay, also wie gesagt, der monatliche Beitrag 33,70 dann, ne? Mhm, ja. Okay, so 33,70, okay, ich hatte gerade ein Funkloch, können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie, ja, 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 ja. Okay, alles okay, ist in Ordnung, super. So, dann müsste ich nochmal die Bonität ablösen und wenn Sie sich dafür entscheiden, und zwar, Herr Halb, bitte, von welchem Konto sollte das abgebucht werden? Äh, äh, von der Sparkasse. Von der Sparkasse, okay. Könnte ich bitte da die zweifelstellige DE-Nummer nochmal haben, dann drehe ich das auch ein? Ja, es steht DE 75. De 75, ja. De 37 05. De 37 05, habe ich. 0, 1, 9, 8. 0, 1, 0, 8. 9, 8. Entschuldigung, äh, äh, 0, 1, 9, 8. 9, 8, okay. 1, 9, 3, 5. 1, 9, 2, 5. 3, 5. 3, 5, Entschuldigung, okay, danke für die Korrektur. 2, 7, 4, 7. Habe ich. Und die 7, 7. Okay. Kann hier sein, dass ich irgendwie, ich wiederhole, können Sie mich bitte korrigieren? Das ist einmal die 7, 5. Hm. Dann die 3, 7, 0. Ah, einmal 0. Einmal, ja, da, das meinte ich, da habe ich mich verhört. Okay, müsste das stimmen. Da habe ich mich verhört. So, eine Sekunde, dann, dann lese ich Ihnen das nochmal. Dann muss ich mich irgendwie hier vergibt haben, weil ich da wieder komischerweise ein im Funkloch hatte, so. Also, ich wiederhole, das ist einmal die 7, 5, 3, 9, 8. Na, na, da ist ein Nuller zu viel, da ist ein Nuller zu viel. 0, 1, 9, 8. Oh. 0, 1, ah, okay, Sekunde. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Nuller kam. Dann, das und dann 7, 4, 7, 7, 7. Hm, ja. Guck mal, wo die Richtung hingeht. Die Richtung geht, Sparkasse, Köln, Bonn, die Bonität sieht super aus. Recht, herzlichen Dank fürs Vertrauen. Super. Herr Halbeter, dann mache ich jetzt ganz schnell die Zusammenfassung und schicke Ihnen das jetzt raus, damit Sie auch das dann auch bekommen. Sobald ich den Antrag gestellt habe, schicke ich Ihnen das auch auf Ihre E-Mail-Adresse, damit Sie das auch bekommen. Haben Sie mir auch eine Handynummer? Nein, nur die Festnetz. Nur die Festnetz. Okay, dann schicke ich es auf Ihre E-Mail, ja? Ja, genau. Okay, dann mache ich jetzt die Zusammenfassung, das sind wir gleich fertig. 1, 2, 3 und ich klicke los. Ich spreche mit Herrn Heidrun Halbeter. Ich fasse jetzt die wichtigsten Eckpunkten zusammen und zeichne das Gespräch auf, damit Sie auch nur noch das erhalten, das, was wir mit Ihnen zusammen besprochen haben. Das ist also in Ordnung, ja? Ja, ist in Ordnung. Wunderbar. Bitte nennen Sie mir nochmal selber Ihren Vor- und Nachnamen. Herr Heidrun Halbeter. Vielen Dank. Herr Halbeter, Sie wohnen in der Riederstraße 16 und zwar in Hersching am Ammersee, ne? Ja, richtig. Herr Halbeter, das ist einmal die 8, 2, 2, 1, 1. Ja, genau. Sie sind geboren am 29. Februar 1978 und sind aktuell bei der gesetzlichen Krankenkasse und und zwar, wo waren Sie nochmal angemeldet? Bei der Barmer. Ja, genau. Das haben Sie angemeldet, ja? Ja, genau. Wenn Sie in der Riederstraße in den nächsten April in Kraft treten. Als Bankverbindung hatten Sie uns angegeben, das ist die Kreisparkasse in Kölbon. Könnte ich bitte von Ihnen die letzten 13 von nochmals von Ihrer Bankverbindung von Ihnen haben? Das ist dreimal die 7. Vielen Dank auch dafür. Und Sie sind auch selber der Kontoinhaber, ja? Mhm. Ja. Okay, so. Jetzt komme ich zu den Gesundheitsfragen, das sind wir nämlich auch gleichfertig. Fehlen Ihnen Zähne außer der Weisheitszähne, die wurden auch nicht ersetzt. Sie haben mir mitgeteilt, dass Sie eine Zahnlücke haben. Das ist auch richtig, ja? Ja, richtig. Richtig. Genau, super, wunderbar. Und zwar erfolgt zurzeit eine Zahnersatzbehandlung, eine Wurzelbehandlung wie Parodontose, Parodontitis ist ja angeraten oder beabsichtigt. Sie sind ja momentan ja nicht in einer Behandlung, das stimmt ja auch. Ja? Stimmt, ja, ja. Okay, wunderbar, super. Und zwar, Herr Halbeter, Sie haben innerhalb von zwei Wochen Abbehalteunterlagen das Recht, diesen Vertrag schriftlich per Brief, per Fax oder per E-Mail zu widerrufen, ja? Mhm. Haben wir damit aus Ihrer Sicht alles festgehalten, das was wir vorher besprochen haben? Herr Halbeter, das haben wir ja jetzt, ne? Ja, genau, ja, ja, ja. Super, wunderbar. Ich bedanke mich für die Beauftragung. Und heute haben wir den 21. März 2024, ganz genau, 13.10 Uhr. Pia Sturm mein Name und ich bende nun mit hier die Aufnahme. Zuerst mal alles Gute nachträglich wünsche ich Ihnen zum Geburtstag, alle vier Jahre 29 Euro, äh, 29 dann, ne? Genau. Okay, so, ich hoffe, Sie haben auch groß gefeiert. Na, na, es geht so, geht so. Mammeln, ne? Obwohl es alle vier Jahre kommt, okay, ich würde an der Stelle feiern. Na, vielleicht machen Sie es ja nächstes Jahr. Genau. Vielleicht haben Sie es ja nächstes, äh, alle vier. Alle vier Jahre. Alle vierte Jahr dann, wenn es kommt. Genau, so, okay, super. So, dann werde ich das jetzt Ihnen zusenden und dann auf Ihre E-Mail jetzt dann schicken, den Antrag. Mhm. Nur, damit Sie auch im Hintergrund wissen, es ist momentan noch gleichzeitig eine Aktion, und zwar von der Bayerischen Beamtenkrankenkasse, und zwar für Vorschutz, und zwar Versicherung, für Voruntersuchungen, für Brillenuntersuchungen, etc. und zwar der monatliche Beitrag nur durch die Osteraktion für 1745. Sind Sie Brillenträger? Nein, 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 nein. Aber, äh, schützt man das dann vor Beamten, die Versicherung, oder, vor was schützt man denn das? Also, wenn es einen Schutz vor Beamten gibt, dann nennen Sie sofort? Nein, das ist, das ist, die Bayerische Beamtenkrankenkasse macht das. Ach so, okay. Von der ist jetzt momentan eine Aktion, da wir ja keine Verkäufer sind, bekommen wir ja diese Aktionen immer, das ist eine Krankenvorsorgeuntersuchung, und zwar für Früherkennungen von Krankheiten, da sind natürlich auch Impfungen dabei, da sind auch, und zwar Brillenversicherung ist dabei, wenn Sie eine Brille benötigen oder für die Zukunftssicherheit absichern möchten, kleine OPs, ambulante OPs sind inklusiv dann dabei, ja, und, äh, Impfungen sind dann halt dabei, Krebsversorgung, Untersuchungen sind natürlich auch dann dabei, was halt sehr, sehr teuer ist, ne, weil man selber finanziell bezahlen muss, weil das ja die gesetzlichen ja nicht mehr übernehmen, aus diesem Grunde. Und da ist jetzt die Aktion, dass der monatliche Beitrag 17,45 Euro inklusive der Brille auch dabei ist, und wenn sowas etwas benötigen sollten, in den Unterlagen ist unsere Kontaktdaten, sowie auch Adresse, Sie können mich auch dann gerne per E-Mail auch anschreiben. Benötigen momentan sowas nicht, oder? Nein, 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 wie gesagt, Schutz vor Beamten, ja, aber keine Beamtenversicherung. Okay, ist in Ordnung, da bedanke ich mich sehr herzlich für das nette Gespräch und für das Vertrauen zu allen, falls wir voneinander nichts hören, dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende und frohe Ostern, ja? Geht klar, danke. Ja, bleiben Sie gesund, bitte an. Danke, bitte an. Ja, also das war der Anruf. Ich sage jetzt mal Folgendes dazu. Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Werbeanrufe, aber ich habe was dagegen, wenn man betrogen wird. Und das fängt ja bei dem Anruf schon an, dass sich der Mann da am Anfang nicht einmal mit der richtigen Firma nennt. Also er spricht ja von der allgemeinen Gesundheitsvorsorge oder von irgendeinem Blödsinn wieder. Der sollte einfach sagen, von welchem Versicherungsdantler das er ist und nicht irgendeine Story erzählen. Und ich sage es jetzt ganz ehrlich, in diesem Fall war es die... Piep, hier musste ich zensieren. ...der Vertrag gekommen ist. Und machen wir mal weiter. Die gute Dame, die nachher da spricht, das ist ja wohl der Hammer. Irgendwann sagt sie dann einmal unter dem Gespräch, ja, sie sind ja keine Verkäufer. Ja, was sind sie denn dann? Sie sind ganz dreckige Versicherungsdantler, die auch nur lügen, weil sie sind Verkäufer und sie kriegen eine Provision davon. Dann kommt der nächste Punkt. Es kommt ja diese Abfrage mit meiner IBAN-Nummer. Und da sagt der Sino ganz frech, das dient zur Abfrage der Bonität. Einen Scheiß trägt du, als wenn ich das so sagen darf. Weil die prüft da überhaupt keine Bonität. Die prüft nur, ob es die IBAN-Nummer gibt. Weil die Bonität prüft sie nicht. Weil in dem Moment hätte sie mich gemerkt, dass der Name und die IBAN-Nummer überhaupt nicht mit übereinstimmen. Also, ich habe sowas von dick. Diese Anrufe von diesen, ja, ich sag's ganz ehrlich, Verbrechern. Und, ähm, ja, man sieht jetzt bei den ganzen Kritikern, die immer da meine Videos kritisieren, weil die die bösen, bösen Betrüger nicht mit ihrem Betrug konfrontieren, dann hätte ich die Unterlagen nicht bekommen. So habe ich die Unterlagen bekommen. Und ich sag's ganz ehrlich, ich hab die Barmenia darüber informiert, welcher Versicherungsvertreter hier bei mir angerufen hat und was die alles gemacht haben. Des Weiteren habe ich natürlich auch eine Beschwerde geschrieben an die Bundesnetzagentur über die Nummer, die mich angerufen hat. Und natürlich auch über die... Und ich hab auch dieser Vent.ag eine E-Mail geschrieben und hab gebeten, ich möchte Auskunft haben, woher die meine Daten haben. Ich hab bisher noch keine Auskunft erhalten. Das heißt, den Datenschutz nehmen die auch nicht sonderlich ernst. Und genau deswegen hab ich überhaupt kein Problem, dass ich die Firma hier direkt beim Namen nenne. Weil das ist Betrug, was die machen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass es einige davor schützt, auf solche Betrüger reinzufallen. Also, nochmal, ich hab nichts dagegen, wenn Versicherungsdantler Urruher fahren. Ich hab auch nichts dagegen, wenn Versicherungsagenturen das Ganze machen. Aber so, na, das akzeptiere ich nicht. Mit so einem Betrug will ich nichts zu tun haben. Und da soll halt auch jeder davor geschützt werden. Also, Servus, für dich, bis demnächst.